Gut Edermann. Hotel, Restaurant, Spa. Das Gut Edermann präsentiert Ihnen Vorhang auf. Prominente vorgestellt. www.gut-edermann.info Herzlich Willkommen hier im und aus dem Gut Edermann. Gemeinsam mit dem Gut Edermann haben wir im Jahr 2017 Künstlerinnen und Künstler vorstellen dürfen. Und jetzt drehen wir ein bisschen den Spieß um und schauen uns einmal das Gut Edermann als solches an. Und Michael Stöberl, er ist Gastgeber des Hauses, steht neben mir. Lieber Michael, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Ja, lieber Alexander, herzlich Willkommen. Es freut mich, dass du jetzt in der Startenzeit bei uns im Wellness- und Spa-Hotel Gut Edermann bist. Und heute darf ich dir unser Haus zeigen. Ein wunderschönes Haus mit allem, was dazugehört und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit herrlich geschmückt. Die Küche vom Allerfeinsten, also wirklich was ganz was Tolles. Unsere Küche präsentiert natürlich auch klassische, traditionelle Weihnachtsgerichte. Und der Ronne Völkl hat ja heute schon was Schönes gekocht. Das war die Bauernente und ein Wiener Schnitzel, die unsere Gäste heute auch probiert haben und denen es sehr gut geschmeckt hat. Und Pfalzdorf hat euch ausgezeichnet mit zwei goldenen Gabeln und ich glaube nicht zum ersten Mal. Ja, das ist richtig. Ich freue mich wieder. Zwei goldene Gabeln haben wir bekommen vor zwei Wochen diese Auszeichnung und es macht mich sehr stolz. Unser ganzes Team ist sehr stolz auf diese Auszeichnung, aber nicht nur Pfalzdorf, sondern auch Gusto hat uns fünf Pfannen verliehen. Bertelsmann mit drei Kochmützen. Mit so vielen goldenen Gabeln, mit so vielen Pfannen und mit Kochmützen, dazu hat man schon eine ganze Küche beieinander. Aber die Küche allein ist es ja nicht. Ihr habt doch einen wunderbaren Wellnessbereich. Ja, wir haben einen neuen Erbauten-Wellnessbereich. Er wurde 2014 eröffnet, 2500 Quadratmeter groß. Fünf Saunen im Betrieb, das Dampfbad, dann Außenbereich, Naturbadeteich. Wir haben ein kaltes Tauchbecken, Kneipanlage und alles, was halt so zum Wellnessbereich auch dazugehört. Tauchbecken, apropos Tauchbecken, Taufbecken. Es ist natürlich auch möglich, die unterschiedlichsten Veranstaltungen bei euch zu machen. Taufen vorneweg. Ja, wir hatten und wir haben sehr viele Veranstaltungen, nicht nur Kulturveranstaltungen, sondern auch in der letzten Zeit sehr viele Hochzeiten, Familienfeierlichkeiten, Taufen, wie du angesprochen hast, aber auch Taugungen. Mittlerweile sehr viel aus Österreich, Salzburger Land, die hier am Wochenende bzw. auch mal unter der Woche kommen. Unser Spa ist ja geöffnet unter der Woche von 10 Uhr bis 22 Uhr und am Wochenende Feiertags von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Mit Blick auf die Uhr sage ich, Michael Stöbel, danke fürs Dasein. Danke auch, dass du uns unterstützt hast und wir wahrscheinlich auch im Jahr 2018 den einen und den anderen Künstler gemeinsam vorstellen dürfen. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und Ihnen, liebe Zuschauer von RTS, auch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie vor allem gesund. Und vielleicht sehen wir uns auch einmal hier in Gut Edermann. Und vielleicht sehen wir uns auch einmal hier in Gut Edermann.